Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop-Video. Heute war ja die Zeitumstellung, das heißt normalerweise hätte ich auch das Shop-Video um 8.25 Uhr im Dreh eben halt gemacht, dadurch die Zeitumstellung eben halt einfach ein bisschen früher aufgewacht. Ja relativ logisch, deshalb heute ein etwas früheres Shop-Video. Nachher wird tatsächlich mal wieder ein richtig ein neues Video online kommen. Von hier gestern könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen, um 8 Uhr wird es online kommen. Wird mich freuen, wenn ihr das Post checkt, da wieder viel gearbeitet. Ich kann es gerne mit euren Freunden. Heute haben wir Skins, die tatsächlich nicht in den Game Files sind. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Es gibt einfach zu ihm Fußball-Scans. Das sind alles Zombiescans hinten auch mit einem Backpack mit einer guten Karte. Die klassische hat nur die Nummern allerdings. Das Trikot wechseln für den gleichen Preis. Dafür natürlich ist es ein cooles Aussehen. Das verschiedene Farben hier auch so ein bisschen eher schon so cool. Ein bisschen angedehnt so ein bisschen. Hier richtig so einfach. Und hier so deutlich brauner. Sieht auf jeden Fall ziemlich strange aus. Und finde ich aber auf jeden Fall. Die Skins gefallen mir. Die auch aufstehende Ausputzer, auch komplette Strangers mit. Weil wo einfach Mund dran ist und Schleim rauskommt. Der Ball ist bei allen Skins dabei. Der Skin sieht auch ziemlich ziemlich aus. Wieder ein bisschen blauer und hier zinkele Farbe. Sieht wirklich sehr interessant aus. Sieht sehr interessant. Ganz sicher. Ich finde ich aber cool, dass dort man. Neues rein kommt. Dann haben wir den Skin von Geht. Ähm. Nice aus. Darf das. Franz. Dann haben wir den Gate-Scan. Mit mittlerweile verschiedenen Stilen. Fallen wir auch echt gut. Der Stil. Hab ich aus. Auf jeden Fall. Ja. Vor allem mit der. Ähm. Ja. Dann als nächstes. noch rote Karte. Ganz normal, allerdings. 유 mit Novog 의� potato Compact das war es mit dem heutigen stopp video ich hoffe es hat euch gefallen das gerne bewertungen und abo teilt das video wie gesagt mit freunden nachher das eis geschnittene video ausstreckt bis dahin ciao